Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 2022 und Menschen verwenden immer noch das gleiche Passwort für mehrere Webseiten. Oder ihr Kennwort lautet 1, 2, 3, 4, 5. Es ist zum Kopfschütteln und gleichzeitig sehr nachvollziehbar. Also nicht die doppelte Verwendung von Passwörtern, das ist dumm. Aber ich verstehe, dass das Thema kompliziert ist. Passkeys wollen aufräumen. Mit iOS 16 fiel dafür der Startschuss.